Hallo liebe Weltraum-Taxi-FahrerInnen! In diesem Video geht's so richtig ans Eingemachte, denn ich möchte euch zum ersten Mal mit der Kommandozeile vertraut machen. Wenn ihr meine bisherigen Videos gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich schon gelernt, dass man hier im Dateimanager Thuna versteckte Dateien durch die Eingabe von Ctrl-H oder Strg-H ein oder wieder ausblenden lassen kann. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf dem Terminal an. Dazu öffne ich hier das Terminalprogramm und gebe als erstes mal den Befehl PWD ein. PWD steht für Print Working Directory und gibt mein aktuelles Arbeitsverzeichnis aus. Hier sehe ich, dass ich mich in dem Verzeichnis HomeTux befinde, also meinem Home-Verzeichnis. In diesem Dateimanager im Hintergrund ist ebenfalls das Verzeichnis HomeTux geöffnet. Das ist das Standardverzeichnis eines jeden Benutzers und wenn man das Terminal öffnet oder im Dateimanager landet man als erstes mal dort. Nun gebe ich den Befehl LS ein, um den Verzeichnis Inhalt anzeigen zu lassen. Es wird mir nichts ausgegeben, ich nehme also an, das Verzeichnis ist leer. Aber was ist mit den ganzen versteckten Dateien, die wir vorhin im Dateimanager gesehen haben? Ich gebe nun mal den Befehl LS-AL ein. A steht dabei für alle Dateien und L steht für das Langformat. Und auf einmal sind sie auch hier sichtbar. Versteckte Dateien und Ordner werden jeweils durch einen Punkt vorangeführt. Dann weiß das System, dass es sich standardmäßig nicht anzeigen soll. Wir vergleichen das Ganze nochmal mit dem Dateimanager im Hintergrund. Ctrl-H, da sind die versteckten Dateien. Ah ja, sieht so ähnlich aus. Also eigentlich ziemlich genauso. Jetzt gebe ich nochmal normales LS ein. LS-AL, versteckte Dateien werden angezeigt. Als allererstes möchten wir mal ein neues Verzeichnis erstellen. Dazu werde ich das Kommando mkdir, mkdir gefolgt vom Verzeichnisnamen. mkdir Verzeichnis. Jetzt gebe ich nochmal LS ein. Aha, ich sehe ein Verzeichnis. Im Hintergrund, im Dateimanager ist das Verzeichnis auch bereits sichtbar. LS-AL Verzeichnis. Sehe ich hier. Jetzt wechsle ich mit dem Befehl CD, das steht für Change Directory, in dieses Verzeichnis hinein. Das ist auch leer. Da haben wir ja noch nichts drin angelegt. Deswegen erstelle ich als erstes mal eine Datei. Touch erstellt eine Datei. Touch Datei. Enter. LS-AL. Da ist die Datei. Ich sehe hier allerdings einen Wert 0. Dieser besagt, dass die Datei bisher 0 Byte groß ist. Denn die Datei ist leer. Wir haben eine leere Datei erstellt. Wir gehen mal in den Dateimanager. Wir gehen in das Verzeichnis rein und öffnen die Datei im Texteditor. Jetzt schreibe ich da mal was rein. Test. Ctrl-S. Speichern. Gibt das Ganze nochmal an. LS-AL. Und die Dateigröße hat sich geändert. Jetzt erstelle ich hier in diesem Verzeichnis noch ein weiteres Unterverzeichnis. mkdir. Unterverzeichnis. LS-AL. Hier fällt uns jetzt bereits etwas auf. Hier vorne wird ein D angezeigt. D steht dabei für Directory. So sehe ich sofort, dass es sich um ein Verzeichnis handelt. Außerdem wird in der Bash im jeweiligen Terminal ein Verzeichnis anders farbig dargestellt. In diesem Fall in Blau. Die Datei ist Grau. Dann sehe ich hier in diesem Bereich den Dateieigentümer. Das bin ich. Und in der zweiten Spalte hier die Gruppe. Der Eigentümer und die Gruppe heißen hier beide TUCs. Das hat damit zu tun, dass bei der Installation für meinen User TUCs automatisch eine gleichnamige Gruppe TUCs, in der nur ich selber drin bin, erstellt worden ist. Hier vorne in diesem Bereich sehen wir die Berechtigung. Das heißt, wer auf die Datei oder das Verzeichnis zugreifen können darf. Diese unterteilen sich in Blöcke. Und zwar in drei Blöcke. R, W, X. R, minus X wird hier angestellt. Und R, minus X. Diese drei Blöcke. Diese sind Oktal. Das sind Oktalzahlen. Jeder Buchstabe hat in dem Oktalsystem einen Wert zugeordnet. Das erkläre ich euch gleich noch genau, wie das funktioniert. Der erste Block gibt die Berechtigung für den Eigentümer an. Wir haben gesehen, der Eigentümer bin ich. TUCs heißt er hier. Und der Benutzer TUCs darf dieses Verzeichnis lesen, beschreiben und ausführen. Ausführen muss man Verzeichnisse können, damit man da rein wechseln kann. Wenn man keine Execute-Berechtigung, also X heißt Execute, ausführen, in das Verzeichnis hat, darf man in das Verzeichnis nicht rein wechseln. Als zweites, der zweite Block, gibt die Berechtigung der Gruppe an. In diesem Fall ebenfalls TUCs. Die Gruppe darf das Verzeichnis lesen, nicht beschreiben, aber ausführen. Das heißt, die Gruppe darf ebenfalls in das Verzeichnis herein wechseln. Der dritte Block gibt alle anderen Benutzer des Systems an, also alle, die nicht definiert worden sind. Alle anderen dürfen in diesem Fall auch das Verzeichnis lesen und dort rein wechseln. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Berechtigungen der Datei. Hier sehen wir den ersten Block für den Eigentümer TUCs. RW, Read and Write, Lesen und Schreiben. Ausführen braucht der Eigentümer die Datei nicht, denn es ist kein Skript. Skripte müssten ausführbar sein. Normale Dateien, da reicht es, wenn man die lesen und schreiben kann. Die Gruppe darf die Datei nur lesen, sie darf also keine Änderungen daran vornehmen und alle anderen dürfen die Datei auch nur lesen. Jetzt habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass diese Werte hier dem Oktalsystem zugeordnet sind. Das ist wichtig, weil man durch die Zahlen, die jeweiligen Zahlen, die diesen Werten zugeordnet sind, ganz einfach die Berechtigung setzen kann. Dazu habe ich hier eine Textdatei vorbereitet, um euch das Ganze mal vorzubereiten. Hier gibt es einen Zahlenblock, das Oktalsystem ergibt immer insgesamt 7 in Werten 4, 2 und 1. Das heißt, der erste Wert des Blocks, r, wir erinnern uns, r, w, x, Lesen, Schreiben, Ausführen, dem wird der Wert 4 zugeordnet. Der zweite Buchstabe hier in dem Block, dem wird der Wert 2 zugeordnet. Und der dritte, x, dem wird der Wert 1 zugeordnet. Zähle ich das zusammen, 4, 2, 1, gibt 7, r, w, x, gibt 7. Möchte ich also die Berechtigung r, w, x, Lesen, Schreiben, Ausführen, definieren, muss ich eine 7 angeben. Dann hatten wir ja eben noch r, w und dann nix, zum Beispiel bei der Datei, bei dem Eigentümer tux hier. r, w, nix. Der Benutzer tux darf die Datei lesen, schreiben, muss sie aber nicht ausführen. Das heißt, r ist immer 4 zugewiesen im Oktalsystem, w ist immer die 2 zugewiesen im Oktalsystem und im dritten Block wäre die 1 zugewiesen. Der dritte Block ist aber nicht gesetzt, also muss ich nur diese beiden Zahlen zusammenzählen. Das wäre 4 und 2, gibt 6. Hier habe ich es nochmal anders veranschaulicht, Eigentümer, Gruppe und alle anderen. Hier habe ich mal die Ausgabe von dieser Datei hier reinkopiert, um euch das Ganze nochmal genauer zu veranschaulichen. Also hier handelt es sich um eine Datei, hier ist der Marker für das Verzeichnis nicht gesetzt. Dann haben wir den ersten Block. Ich habe die Blöcke hier ein bisschen auseinandergezogen, damit wir es besser sehen können. Der erste Block war r, w, minus, minus, also nur 4 und der dritte Block war r, ebenfalls 4. Das ergibt die Dateiberechtigung 6, 4 plus 2 ist 6, 4, diese 0, dieses 0 und ebenfalls 4. Das heißt, die Datei hat die Berechtigung 6, 4, 4. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal für das Verzeichnis an. Das sah ja ein bisschen anders aus. Hier hatten wir ja r, w, x, r, nix und x, r, leer und x. Das heißt, r, w, x, 4, 2, 1, gibt 7 zusammen. Hier haben wir definiert r, also 4, also nichts und die 1, 4 und die 1 zusammen, gibt 5. Und alle anderen ebenfalls, 4 und die 1, ergibt 5. Jetzt möchten wir zum Beispiel mal erreichen, dass alle anderen nicht auf dieses Unterverzeichnis darauf zugreifen können sollen. Dafür habe ich hier schon mal den Befehl vorbereitet. Das ist der ChangeMod-Befehl. Damit kann man die Verzeichnisberechtigung anpassen. Nehmen wir uns mal. ChangeMod 750 unter Verzeichnis. LS-AL. Ihr seht, ich kann hier mit dem Cursor-Tasten in der sogenannten History meiner Bash-Shell, das ist die Shell, die wir hier verwenden, hin und her scrollen. Damit kann ich schnell alte Befehle, die ich zuvor aufgerufen habe, nochmal hervorholen und einfach mit Enter nochmal aufrufen. Dadurch erspare ich mir einiges an Tipparbeit. Jetzt hat sich etwas geändert. Wir haben ja die Berechtigung geändert. Schemod 750. Das heißt, hier im Block Eigentümer, das bin ich, sollen noch Berechtigungen drin sein. Im Block der Gruppe, das bin auch ich oder ich bin in der Gruppe Tux drin, sollen Arnot-Berechtigungen ausgeführt werden. Und alle anderen sollen nicht mehr auf dieses Verzeichnis können. Jetzt haben wir dieses ChangeMod hier gemacht. Ich mache danach nochmal das LS-AL. und ich sehe, es hat sich etwas geändert. Hier hat jetzt der Eigentümer, also ich Tux, weiterhin volle Rechte, lesen, schreiben und ausführen. Die Gruppe Tux, in der ich Mitglied bin, hat weiterhin die Rechte lesen und ausführen, kann also die Gruppe des Verzeichnens sehen und dort hinein wechseln. Alle anderen haben aber keine Rechte mehr. Also wir haben das System schon ein klein wenig sicherer gemacht. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen kleinen Tipp zeigen. Und zwar kann man hier, wenn ich jetzt LS-AL eingebe und dann nur das große UN und dann gebe ich die Tab-Taste ein und sobald das Wort eindeutig ist, kann ich hier einfach Tab drücken und es wird vollautomatisch vervollständigt. Auch so spare ich mir viel an Tipparbeit und bin sehr schnell auf dem Linux-Dateisystem unterwegs. Ich hoffe, ich konnte euch den ersten Einblick in die Kommandozeile geben. Wenn ihr mich fragt, war das auch einer der kompliziertesten Teile, die Berechtigung unter Linux zu verstehen. Wenn ihr das einmal verstanden habt, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal gut dabei. Und wenn ihr jetzt auf Anhieb noch nicht wisst, wie es genau funktioniert, schaut euch das Video einfach nochmal an. Macht es nach auf eurem Tux-System, probiert es aus und falls ihr nicht weiterkommt, gebt mir Feedback in den Kommentaren. Bis bald. Tschüss.